Willkommen beim großen Disney Adventskalender Auch dieses Jahr könnt ihr wieder 24 Türchen öffnen Bekannte oder neue Disney-Freunde treffen Und mit ein bisschen Glück einen von 24 tollen Tagespreisen gewinnen Außerdem sichert ihr euch die Chance auf den Hauptpreis Drei Tage Aufenthalt im Disneyland Paris Viel Glück beim großen Disney Adventskalender